Im Seminar Campus für alle Architektur, Barrieren, Behinderung möchten wir Studierende dafür sensibilisieren, wie qualitätsvolle Architektur mit Barrierefreiheit gestaltet werden kann. Wir machen mit den Studenten Übungen mit Langstöcken und mit dem Rollstuhl, damit sie sich lernen zum einen in die Situation zu versetzen, aber auch zu begreifen, wie die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung ganz konkret bauliche Anforderungen schafft. Wir haben viele Beispiele gesehen, wie Barrierefreiheit einfach diskriminierend war, wo man einfach irgendwie seitliche Eingänge gemacht hat für die Leute mit Rollstuhlen zum Beispiel oder die immer umständlichere Wege gehen mussten und das kann man einfach schöner integrieren in die Architektur. Wir machen das jetzt seit 13 Semestern konsequent und haben bestimmt 400, 500 Studierende mit dem Thema konfrontiert und Projekte bearbeiten lassen. T amplisch. Wir machen das jetzt.